Willkommen auf PharmaRamaQ. Heute kommen wir mal wieder zu einem kleinen Gewinnspiel. Ja, heute wieder geht es um ein Handwerksgewinnspiel. Und dieses Mal ist die Frage, ja, wir sehen hier den goldenen Blattbaum. Und ja, es ist die Frage, wie viele goldene Blätter habe ich in meiner Scheune? Ja, und was gibt es diesmal zu gewinnen? Und dann, dieses Mal gibt es einmal für den ersten Platz diese Salbei Maracoms, für den zweiten einen Pinie, Pinkie, Pipi und für den dritten Preis ein Stollen. Ja, also die Frage in diesem Gewinnspiel ist, wie viele goldene Blattbäume ich in meinem Lager besitze? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Und dann war es das auch schon wieder für das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video auf PharmaRamaQ. Ciao!